Du hast schon 10 Sekunden verloren. Okay, schnell, schnell. Okay, bei uns in der Mannschaft. Die krassesten Szene. Kuni. Timo Kunas. Weiter. Schnell, schnell, schnell hintereinander. Wie geht das, Alter? Geh mal her. Der hat bei uns in der Mannschaft eigenes Lied, wenn der Tor macht. Jake Hurst. Absolut. Wallah, wusste ich nicht. Ich schwöre, ich würde sagen, Mo, Alter. Seit wann hat er ein Lied? Welchen Treffer hat Mo für uns gemacht jetzt? Siegtreffer. Warte, stopp! Du hast einen Treffer gesagt. Egal, Alter, mach nichts dort. Mach nichts dort, mach nichts dort. Oh, das wird schwer, Bruder. Mach Kunas, den größten Schaden. Budensky. Fabian Budensky. Digga, das ist einfach, ja. Ja, das ist das. Dein Gegenüber. Dein Gegenüber? Ähm, Mo... Das ist jetzt nicht so. Aruf Gütschü. Dein Gegenüber. Ja. Gegenüber? Äh, ihr oder mich? Ich hab's in der Kabine. Was ist unser Ziel dieses Jahr? Habt ihr die Karte vorher schon bezahlt? Aufsteigen. Ja. Was wollen wir auf jeden Fall nicht? Absteigen. Das ist keine Chance. Keine Chance. Ich geb auf, man. Ich hab gar keinen Bock mehr. Okay, was hat Stadt Eindorf gegen uns probiert, aber keine Chance gehabt? Nicht Stadt Eindorf. Dingsbums. Ähm. Stopp Mainz. Auf was haben die gespielt? Was? Auf was haben die gespielt? Auf einen. Ah, okay, okay. Die Flammen war richtig? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Digga, ihr habt doch nur Namen bekommen, was ist das? Ich schwör. Aber das war auch wirklich schlimm. Ich hätte viel schneller machen müssen. Ja, viel schneller, glaub ich. Ich dachte, ich muss sein. Er hat einfach von mir abgelösen. Was redest du? Ey, ich erkläre und du machst. Ey, ey, ey. Ja, ich guck noch mehr lang. Wir machen, Digga. Adi, du musst es kontrollieren. Ich weiß. Ready? Okay, wenn du kaputt vom Fußball bist. Was? Wenn du kaputt vom Training bist. Müde. Erschöpft. Was nimmst du zu dir? Proteine. Nein, was ganz normal ist. Wasser. Ja. Ja, nein. Falsch, 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 falsch. Ah, nee. Ja, und was ist das? Oh, der Armhanna kann ja Wasser auswärts sein. Ja, Mann. Wenn es sich schwer ist. Wenn einer sich verletzt, was muss man denn? Aufreißen. Ja, aufreißen. Nein, nein, nein. Verletzung. Falsch. Oh, ey. Falsch. Oh, da ist es auch nicht so einfach. Digga, Armhanna. Dann den anderen. Nein, du darfst nicht. Oh, der will ich für ein Wort. Bro, ich nehme das, was am einfachsten ist. Überleg nicht so lange weg. Mach neue. Bro, ich will dir keinen Druck machen, aber zwei. Ah, der dritte Torwart bei uns. Der Torwart. Ich kenn nicht mal seinen Namen. Was haben wir verloren? Was haben wir verloren? Ja, genau. Das erste Spiel. Hä? Das letzte Spiel. Spiel, egal. Aber nicht erstes Spiel. Ist doch egal. Abbruch. 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 Es ist vorbei. Es ist vorbei. Warum vorbei? Ey, das ist doch so schlecht. So. Fertig. Guck mal. Oh, dann guck was. Ey, das ist doch so schlecht. Geil. Du darfst nie wieder was erklären. Nie. Ich frag dich nie wieder nach dem Weg oder so. Ja. Ey. Nein. Ey, Junge. Ich bleib beim Fußball spielen. Das hattest du. Mehrere Saisons. Verletzungen. Wie nennt man das? Noch weiter? Verletzungen. Ja, stimmt. Weiter, weiter. Da fehlt noch ein Wort. Da fehlt noch ein Wort. Verletzungen. Verletzungsanfällig. Anfälligkeit. Anderes Wort. Jaaa! Anderes Wort. Der hat jedes Spiel gemacht bis jetzt. Robin Williams. Überragend gespielt auf der Sechs bis jetzt. Und erst mal für mich meine Position. Luka Bazzoli. Boah, du musst mal Karten aus. Das macht Arturo Vidal sehr oft. Faulen. Nein, wie nennt man das? Taktisches Faulen. Niemals. Ja, das ist schön. Ähm, nach der Saison fahren, äh, meistens, äh, fahren alle in den. Oder auch? Boah, jetzt fahren... Nein, warte, ich brauche fliegen. Wie sind alles hier? Ey, du machst auch so, oder? Du musst nur erklären. Ausländer. Nein, nein. Nein, nein, nein. Alter, Alter. Äh, wenn der... Wenn durch den Regen der Platz nicht... Fotos sind tätig. Er hat selber eingesehen, ist falsch. Boah, das ist auch schwer. Mach doch, Pudi. Das ist schwer, das ist schwer, glaub mir. Gegenteil vom Mond. Gegenteil vom Mond. Gegenstück zum Mond. Sonne! Einen habt ihr gehabt. Einen habt ihr gehabt. Einen habt ihr gehabt. Nein, was sagst du denn? Haben wir doch alles auf dem Band. Wir hatten... Robin Williams, Luca Bazzoli... Hier. 2, 3... Badge. Das war's. Erst weg. Ähm... Ja, genau. Vorbei? Ende. Alter, halt deine Hand davon, man sieht. Was ist vorbei? Mach neue, mach neue, mach neue! Beleidigung ist Minuspunkt. Was soll ich da? Taktik, 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 Taktik. Taktik hinten, hinten. Verteidigung. Ja, wie nennt sich das? Genau. Innenverteidiger. Nein! Wie nennt sich ein anderes Wort? Für Verteidigung. Für Verteidigung, ja. Vibro. Nein, Mann! Fast, Bruder. Äh... Für alle. Defensiv. Defensive. Vierer-Kette, Bruder. Wo war Ciano und Emir? Quarantäne. Nein, nein. Äh... Videodreh. Von? Ah, Jelo und Abdi. Ja. Jelo? Ja, Jelo... Ah, das ist easy. Bruder, wer trinkt immer Cola? Alf. Ja, okay. Ja, gut, das ist nicht so easy. Ja, Bruder. Du selber? Ganz klar verlaut. Du selber? Du selber? Wer bist du? Ja, woher bist du? Ja, egal. Komm, zählt. Was macht Strauby sehr oft? Aus in Aschert 3 zu flanken? Bei... Nein, Aschert 3... Ja, Bruder. Worüber haben wir uns heute Morgen aufgeregt? Weißt du... Ja, sag mal, Bruder. Ja, ja, ja. Ganz klar, ganz klar. Vier Stück. Kleine Schuhe. Neun zu vier.